Wir sind heute im schönsten Hotel Kitzbühel und freuen uns wahnsinnig, dass der Johannes Lieberger, der Hotelmanager bei uns ist, der die Offenheit hatte zu sagen, Kunst und Hotel, Kunst und Tourismus, das ist genau das, was wir hier brauchen. Ich habe zu danken für die Kooperation mit dir, Julia, und dass du uns die Ines gefunden hast, weil ich denke, dass die Bilder, die wir heute hier auch ausgestellt haben, wirklich das i-Tüpfelchen sind und wirklich das Ganze vorbildlich abrunden. Endlich wieder auch mal feiern können und uns den Dingen widmen können, um die es wirklich geht. Nämlich um Spaß haben, um Freunde treffen und natürlich um Kunst genießen. Und da würde ich mir freuen, wenn ihr auch die Gelegenheit nutzt, sobald ihr sie habt, bei der Julia mal vorbeizuschauen und sich auch mit ihrer spannenden Künstlerin, die sie in der Zeit hat und wie sie heute hier in Kitzbühel präsentiert, dann auch die Gelegenheit gibt, sich auszutauschen. Bei Julia vernetzt Leute mit ihr Kunst, mit ihren Kontakten, mit der Mode, mit Lifestyle. Heute hier in Kitzbühel haben wir einen super lässigen Abend mit tollen Gästen, das haben wir alles der Julia zu verdanken. Musik Sag mir etwas zu den Bergen, zur Kunst, deiner Mountains. Du, das ist einfach die Schönheit, die ich in mir spüre, wenn ich in der Natur bin. Und das fließt einfach so heraus. Und das ist einfach das, was du dann auf den Bildern siehst. Und das ist einfach eine große Zufriedenheit und diese perfekte Schönheit. Musik Also erstmal ganz vielen Dank für die Einladung. Es ist ein super Event, alles top organisiert. Ich habe mich sehr gefreut, sozusagen frisch von der Rennstrecke hierher. Musik 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 Musik